Oh hi! Na? Ja, da ist gerade was angekommen. Eine neue Zange. Ich habe mir nämlich gedacht, ich habe Probleme gehabt, die Dinger richtig zu crimpen mit der kleinen manuellen Zange, die ich habe und ich habe gedacht, ich bestelle mir mal eine ordentliche für die D4 Connector. Bei der Microfit war die kleine manuelle noch ausreichend, aber bei dem Fall no chance. Und dementsprechend habe ich mal was bestellt. Anleitung, okay. Okay, haben wir einen Ansatzpunkt auf jeden Fall schon mal. Dann schauen wir doch mal. Naja, so lange. Aber erstmal packen wir das mal weg. Nehmen wir uns mal eine Zange und die abisoliert Zange. Das kann man da rüber. Das brauchen wir auch nicht. Das Schöne dabei ist nämlich, dass da automatisch auch DuPont Konnektoren dabei waren. Ganzes Kit finde ich super. Sogar mit Pins, die man anlöten kann. Und sogar Regenbogenbandkabel. Okay, cool. Schneiden wir das mal auf und schauen uns mal an, dass wir endlich mal den Drucker soweit verkabelt bekommen. Das steht mittlerweile bei mir ganz oben auf der Wunschliste. Ich habe auch jetzt gestern noch, wer es im Discord vielleicht verfolgt hat. Ja, das war eine Zange. Hat schon Kratzer drauf. Nicht gut. Aber es sollte funktionieren. Sollte tun sich. Und habe gestern Abend schon im Discord entsprechend mit ein paar Leuten, oder besser gesagt mit MeetiU und mit anderen Leuten darüber philosophiert, welchen Kleber wir dann benötigen für die Rückseite. Ich habe darüber diskutiert und habe nachgefragt. Er hat mir einen ganz guten Empfohlen jetzt. Und den habe ich jetzt auch bestellt. Der sollte auch morgen kommen, bzw. er hat gesagt, weil ich ihn nicht brauche. Den habe ich jetzt auch bestellt. Sollte, wie gesagt, morgen kommen. So, und da haben wir schon mal ein Kabel. Jetzt muss ich mir mal gucken, ob das nicht vielleicht sogar schon ein bisschen zu lang ist. Na, kann ruhig kürzer. Sag ich doch. Ähnlich wie bei den Molex. Ja, was ist sonst passiert heute? Richtig, richtig viel. Ich habe in der Mittagspause hier, also generell seit ein paar Tagen fährt hier der R2-D2 durch die Gegend. Das ist jetzt kein Troider aus Star Wars, nein, um Gottes Willen, sondern es ist unser Saugroboter. Und der Saugroboter macht hier richtig geil sauber in den letzten paar Tagen. Hat sich erstmal ein bisschen zurechtfinden, aber kriegt es mittlerweile richtig gut hin. Dann habe ich hier angefangen, schon in den letzten Tagen schon so ein bisschen aufzuräumen. Mal wieder endlich. Wird auch endlich mal Zeit. Das wird wahrscheinlich meine bessere Hälfte sagen. Und habe entsprechend den i3 endlich in die Ecke gepackt. Ich habe es endlich geschafft, den soweit fertig zu bauen. Es gibt nur noch eine Kleinigkeit, die fehlt. Die muss man jetzt selbst noch drucken. Und zwar die Halterung für das Display vorne. Die müssen noch ein bisschen neu gedruckt werden, dass sie nach unten versetzt werden. Habe ich ja die Tage schon gesagt. Aber ich packe noch mal ein bisschen B-Roll rein. Der Simple oder Simple steht jetzt unterm Drucker. Ist auch schon entsprechend der Schlauch in den Innenraum gelegt. Das heißt also, wir haben eine aktive Absaugung von den Gasen oder von den Schadstoffen, die im Druckraum entstehen können. Der Pi ist angeschlossen. Es ist alles wieder konfiguriert. Ich habe das Bett heute gelabelt. Ich bekomme immer so zwischendrin nochmal mit dem Battle-App-Visualizer entsprechend das Ganze gemacht. Ich habe das Material draufgepackt und bin gerade die ersten Teile für einen Bekannten am Drucken. An dieser Stelle nochmal schöne Grüße raus, Patrick, falls du das siehst. Habe ich das jetzt richtig rum? Ja. Schöne Grüße raus, Patrick, an dich, falls du das siehst. So, und dann klappt das auch mit dem, wenn man die richtige Zange hat, klappt das auch mit dem ich stecke einfach mal da so ein Kabel rein, wenn man es dann richtig macht. Und nicht das Kabel direkt gegen die Kante knallt, dass die einzelnen Drähte hier drin direkt wieder durcheinander kommen. Na, so, jetzt. Jetzt, und jetzt ist Ruhe gefragt. Ruhe und Gefühl. Wunderschön. So muss ein Konnektor aussehen. Ich packe euch gleich eine Nahaufnahme rein. Ich habe die andere Kamera heute nicht zum Laufen bekommen, deswegen tut es mir leid. Aber so muss das funktionieren. So geht das auch ruckidi zucki. So gefällt mir das. Und so kann man mit dem ganzen Ding arbeiten. Das war auch die Intention dahinter, dass ich mir das Ding bestellt habe. Hat jetzt Kostenpunkt, war ein 36 Euro Link. Dazu packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Ist mal wieder ein Affiliate-Link. Ja, ich arbeite in letzter Zeit viel damit. Genau. So, ich brauche nochmal ein neues Terminal. Ja, ansonsten, der Mini druckt auch. Der ist jetzt halt von seiner Last befreit, die Teile für den Voron zu drucken. Weil alles, was jetzt noch fehlt, die Schürzenteile und sowas in Richtung. Die neuen... Was mache ich denn da? Die neuen Displayteile kann er alle selber drucken jetzt. Der Voron bald. Hoffe ich mal. Und brauchen wir jetzt den Mini nicht mehr für und den i3 nicht mehr für. Da geht's noch rein. Ja, hält würde ich sagen. Wunderschön. Läuft doch wie am Schnürchen. Und dann bin ich froh, wenn ich heute Abend rechtzeitig Feierabend machen kann. Also, heute war echt viel los. Wir haben auch hier gegrillt. Fand ich auch ganz cool. Wenn wir demnächst nochmal einen Stammtisch machen können, werden wir hier auch nochmal eine runde Grill anschmeißen. Wenn vielleicht nicht dieses Jahr, dann auf jeden Fall nächstes Jahr. Wer noch nicht an unserem Stammtisch teilgenommen hat, ich packe einen Link unten in die Videobeschreibung. Da bekommt ihr dann entsprechend die Möglichkeit, euch bei uns anzumelden. So. Bei uns anzumelden. Das ist auf Meetup findet das immer statt. Und dann bekommt ihr, sorry, wenn ich gerade ein bisschen ruhiger werde, weil ich hier versuche, den Draht richtig reinzupacken. Ach, das war wie auch Schnürchen. Hallo. Warum habe ich mir das Ding nicht schon vorher gekauft? Ist doch echt einwandfrei. Coole Sache. So habe ich sogar schon die richtige Länge direkt da. Noch ein Terminal. Mit der richtigen Zange geht das direkt wie am Schnürchen. Super. Genau. Und die Meetups finden bei uns eigentlich immer am letzten Samstag im Monat statt. Jetzt diesen Monat wird es leider... Wird es eingehen? Ne, der war ja jetzt schon diesen Samstag. Sind wir leider nicht da. Kann nicht sein. Geht nicht. Vielleicht machen wir es dann das Wochenende drauf. Tut mir leid, dass es früher nicht geht, weil Geburtstage bei uns in der Familie anstehen. Und Geburtstage gehen natürlich selbst verfreilich vor. So. Ja. Die Zange hat sich also definitiv gelohnt. Damit ging das Ganze jetzt. In 5 Minuten hatte ich ein Kabel geprimmt. Wenn man ein bisschen Erfahrung hat, sollte das auch kein Thema sein. Wie gesagt, den Link zu der Zange. Hier ist sie. Passt auch ganz gut, muss ich sagen, zum Knipex Lookout. Das Blaue ist ein bisschen dunkler und das Rot passt auch nicht ganz hundertprozentig. Aber, ja, sie ist ungefähr im Farbschema gehalten. Rot-Blau. Von daher kein Thema. In der Hand liegt sie auch gut. Man kann sie noch an der Seite ein bisschen einstellen. Hier an der Seite. Da sind noch kleine Einstellungsmöglichkeiten. Reicht vollkommen aus. Läuft flüssig. Liegt gut in der Hand. Und die Konnektoren sind auch, wie man sieht, recht schnell gekrimmt. Und auch ordentlich gekrimmt. So, dass sie auch wirklich in den Connector reinpassen. In den Verbinder. Das bedeutet, ich werde jetzt gleich noch schnell im Zeitraffer alle anderen Kabel entsprechend fertig krimpen. Und dann sehen wir uns gleich nochmal, wenn ich alle fertig gekrimmt habe. Ja, so schnell kann man Kabel krimpen, wenn man das richtige Werkzeug hat. Also das Ding hat sich jetzt schon gelohnt. Weil ich habe das jetzt alles insgesamt in einer halben Stunde soweit durchgetackert und durchgekrimmt. Also, geil. Ja? Wenn man das richtige Werkzeug hat. Ich habe da drüben noch eine andere. Die ist nochmal für andere Konnektoren. Für andere Terminals wieder. Jo. Ich muss auch mal gucken, dass ich bald dann mir nochmal für die Molex Microfit nochmal welche besorge. Ist natürlich wieder eine andere Zange. Kostet wieder entsprechend Geld. Muss man sich wieder besorgen. Und ich glaube, ich habe einfach nur einen ganzen Lackstück-Schrank voll mit irgendwelchen Krimpzacken. Okay. Lange Räder, kurzer Sinn. Ihr seht jetzt hier, ich habe ziemlich viel gekrimmt. Da ist noch so ein Kabel. Na, das ist ein bisschen verwurschtelt. So. Da haben wir wieder den ganzen Kabelstrang. Hat jetzt ein bisschen gedauert. Ich muss erst noch den einen Extruder, den einen Motor entsprechend durchtesten. Nicht den einen Extruder, den einen Schrittmotor hier oben durchtesten für den AB-Drive. Und habe dann nochmal kurz durchgemessen, welches Kabel denn dran war. Weil ursprünglich hatte ich das Kabel hier dran gepackt und das war das Falsche. Ja, da habe ich ein bisschen was verwurschtelt. Das sollte nicht sein. Und das habe ich aber zum Glück relativ schnell gemerkt. Und habe es dann nochmal schnell durchgemessen und habe das richtige Kabel jetzt dran. Genau. Ein paar habe ich vorher schon mal versucht manuell zu crimpen die Woche. Das hat nicht ganz so gut funktioniert. Deswegen habe ich brennend auf die Zange gewartet. Und die habe ich auch gleich wieder abgerobbt und neue Stecker drauf gemacht. Oder neue Terminals drauf gemacht und die dann entsprechend gekrimmt. Und ein paar habe ich gekrimmt und auch schon richtig fest verbaut. Und ein paar habe ich nicht ganz fest in die Terminals reingesteckt. Hier sieht man sowas zum Beispiel dieses schwarz-rote Kabelpaar zum Beispiel. Die sind alle die schwarz-roten habe ich noch nicht ganz fest rein. Ganz einfach deswegen, weil ich alle einheitlich haben will von der Ausrichtung her. Und gucken will, wie das am sinnvollsten ist später. Damit ich das nachher nicht irgendwie vertausche oder sonst irgendwas noch schief geht. Genau. Die Z-Probe muss ich auch nochmal gucken, wie die dann entsprechend richtig angeschlossen ist. Wo ist die Z-Probe? Da. Da ist die Z-Probe. Die ist auch noch nicht komplett fest drin. Da muss ich auch erstmal gucken, auf welche Seite was kommt und in welcher Reihenfolge das reinkommt. Das wusste ich jetzt nicht. Ist aber kein Thema mehr. Und ich habe die Kabel immer wieder mal am Schluss nochmal hinten ein bisschen, weil die Zange ein bisschen zu fest ist. Ganz zusammen gedrückt hat und breit gedrückt hat. Und nochmal ein bisschen gestaucht damit, damit es besser reinpasst. Ab und zu das Silikon hiervon, weil das sind halt keine PVC oder was es ist, Kabel, sondern es sind Silikonkabel. Das heißt also, das Silikon quillt dann überall aus jeder Ecke raus. Das habe ich nochmal mit der Knipex dann hier entsprechend überall ein bisschen abgeknipst. Und dann mit der Pinzette oder mit der Kombizange halt reingedrückt. Und dann nochmal mit der Spitzzange hier, mit der kleinen, mit der Spitzpinzette, nicht Zange. Und dann nochmal entsprechend genau auf der Kante versucht aufzusetzen, wo gut es geht. Und dann das Ganze reinzudrücken, bis es klickt. Funktioniert einwandfrei. Ist echt genial. Und dann sieht man auch, dass alle Terminals... Ach, hier ist noch eins. Nicht richtig drin. Da kann ich gleich mal zeigen. Ne? Oder man kann auch dieses nutzen, um das so ein bisschen hinterherzuziehen. Das ist jetzt hier bei dem ein bisschen schwieriger, weil das Press wirklich sitzt. Aber ja. Genau. Was passiert morgen? Morgen kommt, so weit ich das gesehen kann vom Lieferstatus her, endlich das doppelseitige Klebeband. Das ist das hitzebeständige, ultrafeste, doppelseitige Klebeband. Ich glaube in 5 mm Breite, ja. Und damit wird dann hier auf der Rückseite entsprechend der Lüfter festgemacht und der Lüfter für den Boden wird damit festgemacht. Das hatte ich gestern natürlich falsch gesagt. Der wird nicht nur durch Klemmleistung und durch diese eine Schraube hier hinten entsprechen oder wo es hinkommt oder an der Seite so festgemacht, sondern da kommt natürlich noch doppelseitiges Klebeband drauf. Wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Genau. Und das Netzteil. Da werde ich nochmal... Ihr seht, ich habe nicht das normale Netzteil. Da habe ich glaube ich schon mal gesagt. Ich habe dieses... Was ist das? Ein Minwell UHP 224. Ja, also ein 24 Volt Netzteil. Ist eine kleine, kompakte Form, Bauform. Und aus diesem Grund funktioniert das hier mit diesen Brackets, die hier quasi im Originalkit mit dabei sind, nicht? Da muss man ein Mod für drucken. Und diesen Mod kann ich jetzt auf Prooster drucken, weil der passt auf Mini nicht drauf. Und der ist jetzt endlich soweit. Deswegen habe ich da Gas gegeben, dass der fertig wird. Da waren noch so ein paar Kleinigkeiten. Da war einfach nur Stromkabel anschließen und das Bett leveln. Das sind so Sachen, wo ich so sage, so... Ja. Bett Level muss nicht immer jeden Tag sein. Da habe ich keinen Bock drauf. Aber ich habe es heute gemacht. Ich habe heute das Bett hochgeheizt und mal richtig gelevelt und wieder den Bett Visualizer eingeschmissen. Falls ihr nicht gesehen habt, wie das... Was ich damit meine... Video packe ich euch hier oben hin, glaube ich. Also ich hoffe, dass es richtig auf der richtigen Seite gepackt hat. Wenn ich da oben irgendwo... Nee. Genau. Da oben. Und das bedeutet, dass der Prooster jetzt wirklich bis auf 0,0 noch irgendwas gelevelt ist mal wieder. Und jetzt auch richtig ordentlich Druck. Das merkt man auch schon beim Z-Leveling. Und dann könnt ihr morgen endlich das Teil hier drucken. Also nicht das Teil, aber das Mounting Bracket dafür. Da kommt nämlich nebenbei noch das SSR noch dran. Und dann kann man das schön hier unten drunter verstauen. Das dauert auch, glaube ich, nicht lange. So sechs Stunden vielleicht. Aber ja, nicht lange ist nicht gut. Ist schön gesagt. Aber das sollte morgen bis morgen Abend, bis das Video zu drehen ist, gemacht sein. Und dann kann man das Netzteil endlich montieren. Die Kabel sind bis dahin alle drauf. Und dann können wir, glaube ich, auch sogar schon entsprechend den ersten Versuch starten, den Programm zu schmeißen morgen Abend. Ist das nicht geil? Ist das nicht geil? Ich freue mich wie Bolle. Dann haben wir den Bruiser, dann haben wir wieder den Bruiser, dann haben wir den Mini, dann haben wir drüben den Ende und wir haben den Voron. Und wenn der Voron läuft und unendlich druckt, kann der auch endlich die Teile für den Voron Zero drucken. Und der Bruiser kann dann ab morgen endlich die Teile für die nächsten Nerfgans drucken. Der Mini da hinten druckt jetzt schon ganz fleißig die Halterungen für die Nerfgans. Nicht die Nerfgans direkt, aber erstmal die Halterungen für die Wand. Die müssen natürlich auch nochmal gedruckt werden, damit wir noch ein paar Nerfgans mehr an die Wand klatschen können. Von daher, seid gespannt, wie voll die Wand noch wird. Also da ist noch einiges am Platz sehe ich da hinten. Und ich hoffe euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt dem bitte einen Daumen nach oben. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich euch sehr begrüßen, wenn ihr den Kanal abonniert. In diesem Sinne, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, bleibt gesund. Happy Printing! Si, Bye,ogg00rom objectives. Einin Mae 2